Lass mich hier nicht ganz die Drecksarbeit machen. Was denn? Ich habe hier mein eigenes Drecksarbeit. Entschuldigung. Ich habe mich gesnipert. Du kannst snipern? Unglaublich. Ich habe mich gerade gehalten, du Kuh. Ich wollte es gar nicht mehr. Ich wollte es gar nicht mehr. Da war ein Rassmann. Lass sie doch trennen. In die andere Richtung. Ja, aber ich will die Gegner töten. Das wäre ich auch eigentlich. Wenn sie so ein silbernes Fass haben. Ja, ich habe schon gemerkt. Ach, F*** nicht. Äh, Basti, ich mache mal kurz ein bisschen Healing. Danke. Hier mit Tablette. Danke. Danke schön. Du weg, weg. Ah, ich wollte ja, der war schneller. Darum auch. Ich habe jetzt noch vier Pillen. Ich habe noch einer. Ja. Ach, tut mir leid. Ach, tut mir leid. Ja. Ist da irgendwo eine Blähne hin? Ja, da vorne. Nichts. 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 après Straßen, Gehe. 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 Vielleicht gleich so. Hallo. Ja, wir sind überhaupt nicht mehr in Gefahr, aber egal. Was? Wir sind überhaupt nicht mehr in Gefahr, aber egal. Speichern. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich weiß nur, dass das Kapitel... Ende. Recht nice wird, für mich. Wegen Deborah. Weil ich immer noch ein Applaus suche. Aber wer ist Deborah? Was hast du? Trottel. Ich mach's besser als du. Hallo. Hallo. Hi. Schotti. Das hab ich noch ganz schön verschossen vorhin. Habe ich noch 17 Schuss. Von über 60. Oh mein. Ich mach Schotti. Okay. Mehr als nicht zumindest. Arschgeiger. Ich meine den Zombie nichtig. Okay, wieder 27 Schuss. Jaaaay. Deborah. Football, here's the sound. Ja. Ist das Tabby? Nein. Nein. Ah! Deborah. Deborah. Kannst du mich hören? Du hast doch eben Nein gesagt. Du hast doch eben Nein gesagt. Awww. Ich weiß nicht mal mehr wer sie war. Ich glaub meine Stiefschwester. Oder Cousine. Keine Ahnung. Teppra. Ladevorgang. Du musst mich übrigens beschützen. Habe ich mir gerade gedacht. Ich kann vertreten. Und das war's auch schon. Nein. Nein. Aua. Schieß doch nur auf Tibara. Da schnappt einer hinter mir. Hinter mir. So geht das. Es ist ein grünes Kraut. Kann mein Inventar nicht öffnen. Wo ist ein grünes Kraut? Der Gegner hat das grünes Kraut getröpft. Und außerdem da vorne. Ist da vorne habe ich schon gesehen. Hörst mal auf mich zu schlagen du. Bist du lieber mal das Mädchen da auf dem Rücken. Was ich gerade schlage. Kann ich Kraut kombinieren? Ein Mentar schon wieder voll. Du kannst zwei Kräuter kombinieren ja. Aber ich habe nicht so einen kombinieren mit einem Mentantrenner. Das war mal ein grünes Kraut von mir. Ja. Ich würde das gerne alles nehmen und in meinen Tic-Tac-Welt dazu tun. Aber... Ich darf mein Inventar nicht öffnen. Ich muss meine... Keine Ahnung Verwandte fragen. Oh, bist du ein Arsch. Miss Fortuna hat PRS geil erklärt. Weil... Es ist ja so, dass in Zero kann Billy ja keine Kräuter kombinieren. Und hat Miss Fortuna gesagt, Billy ist das ganz einfach. Du nimmst zwei Kräuter und tust sie so fest aneinander rein, bis sie irgendeine Masse ergeben. Das ist eine richtig geile Erklärung für Kraut Kombination. Au, 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 au! Gib' mal aus meinem Schuss. Entschuldigung! Halter, der ist gar nicht runtergeflogen. Ich hab Ruth und Zahme die Brücke herunter geschossen! den aus dem weg tschuldigung da musste man rücksicht ja du hast wie im weg ist was nicht angezeigt wirkt mich nicht zu viele stufe ich weiß auch muss also gefährlich nicht au los kecil dir schneller next hour Keine Ahnung Ich kann fast unter Deborah's Rock schauen. Dreh ich mal mehr mit dem Rücken in meine Kamera. Ich konnte gerade wirklich. Ich... Konnte es fast. Warte mal kurz. Bleib mal stehen. Das ist ein rotes Park. Ja, schön. Äh, Falsches hast du? Ich muss gerade kräuter kombinieren. Von wo? Von wo? Von überall. Von hinten, von vorne. Von oben, von unten. Ach so von rechts. Aua. Was war das? Au. Äh, keine Ahnung. Ich versuche niemals wirklich nichts davon zu schieben. Au. Äh, Basti. Warte auf Angst. Ich kann nicht. Ich kann nicht beschütztes vor Schaden, aber... Gute Schutz vor Schaden, danke. Ich habe auch Schaden bekommen. Er ist einfach von mir stehen geblieben. Sieh mal so, wir sind jetzt voll. Und bei mir sind zweites Höschen an. Was ist hier noch da? Was ist hier? Was ist hier? Basti? Ist möglich, ich bin gerade auf der Spruch hier von dem Zombie ausgeliefert. Ich nicht. Warum tust du mich treten? Ich suche hier den dritten Controller, weil der eine andere als er auch nicht aufgeladen ist. An sowas denkt man, wenn man aufnehmen will. Ich habe hier eine stöhne Frau auf meinem Rücken, Alter. Sperr dich nicht. Ähm, au! Ich werde hier angemü... Dix, was machst du da? Schöne Arschbacken. Ey, Fanservice, okay? Schieb dir jetzt bitte in die Kiste weg. Bin doch schon dabei. Nein. Ne, nein, nein. Ne, nein, nein. Ah! Bitte? I'm burning, Motherfucker. Gegner so, das ist mir egal. Der habe ich angespuckt. Der hätte sogar vor dem Tod spuckt. Das ist mir egal. Auch so, das trifft mich nicht. Und der Frühlingsrollen. Was? Es wird noch ein paar Tage gesucht. Hä? Warum? Hä? 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 Ich habe es abgebrochen. Was hast du? Ich habe abgebrochen. Hast du die... Abziehen? Partnersuche. Äh... Nein, sambre. Nein, es wird zuerst sein. Uhhh. 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 Äh, äh, oh, danke, Ada. Also, hast du. Was zum Teufel ist hier los? Das ist kompliziert. Aber das ist weder die Zeit noch der Ort. Danke. diese stege halten nicht wir müssen in die unteren ebenen es tut mir so leid was sie du bist aber noch drinnen es ist gerade wirklich drei gegen 1 was schon wieder wir sind getrennt du ich habe das ist cool aber das abgehauen die zombies entgegenkommen und ada zielt auf einen zombie der unter ihr ist das dumm das echt dumm natürlich sagt er noch teamarbeit was ist das das ist ein verlobung sind glaube ich also das ist gut wenn es also das wäre echt epische verlobung leon warum ist der messer stecken gegen ihn was leon hat gerade mit messer gekillt und das messer stecken gelassen den ich trau danke danke okay go 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 knackiger renzern das was du alter ich habe 50 schuss wie die sniper dabei geile arsch wenn sie einen mitgefühl haben lieben hattest du gerade eine rosenausbeulung kümmer mich halt um die random zombies hier weiß ich ja irgendwann auch in die random zombies kümmern was deswegen ups entschuldigung warum du musst glaube ich machen oder was was man basti ich bin alleine ich will nicht alleine sein ich will zu meiner aether zurück sehr verlobungsring gegeben ich will gerne grünes kraut haben weil ich hier ein rotes kraut habe ich habe rotes kraut aber kein grünes hier mehr sich die dinge ändern haben wir da wer war das sehr zu mir hat brennt hat sich untergeworfen leon warum hast du gestolpert was ist das hey hey aber wir sind alles ein wir haben den einfachen weg ja schön koch danke aber bitte muss sich zu entspannen das hat sie Ich glaub du musst irgendwann mal drauf springen auf unser Ding Ich muss hier runter lau... Tatsache ich muss gerade so... Ich hab hier einen Endloskreis Ne ich muss hier runter Ihr habt's gut Wow Der hat Moltafoktel in der Hand gehabt Der wär uns gut, ich kann mich nicht bewegen Ja und ich hab hier dafür den scheiß langen Weg und lotsa Zombies Doch du musst da kippen Ja, jetzt Hi Ja hi, nicht auf mich schießen Danke für die Hilfe Vielen Dank da Vielen Dank da Danke für die Hilfe Welche Hilfe bitte Spreng Upsala Aua Aua Habe ich dich gerade fast umgeworfen Au Ich glaub Du kannst das gut machen, wenn du dich nur hinwegst Hast du gerade gesehen? Das war echt perfekt, oder? Ach nee Was sie denn ist Deine Schwester was du musst ist nervt mich langsam Ich bin nicht auf den Weg Ich bin nicht auf den Weg Ich bin nicht auf den Weg Ich bleib, bleib immer mehr in den Weg, ja? Ach, wir sind 15! Ada hat schon geregelt Schicken sie auf die Fässer, abkommt G-G-G-G Was ist das denn? Ich wollte den Kader aufsteigen Äääähm Au! Es hat mich im Flun gemischt ja ich hab's gerade gemerkt wie sehen sie die mutierte zebra von wem von mir ähm aus aaa oh komm Basti warum pack das Sturmgewehr weg weißt du nicht weißt du nicht wir können sie nicht retten helena fischer ich ich lebe sie einfach nur mich an ich werde dich hier rausbringen Debra Debra sie mich an wir werden hier rauskommen nein 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 hey hey fancy shot ok wow schön dass du es langsam weißt habe ich da noch was zu trinken können tatsache tatsache ich wusste nicht was ich tun sage hat schaub ich noch was mein becher habe ich helfe simmons den secret service zu überlassen das ist definitiv simmons deal aber warum tut er das alles lange geschichte kürzer sinn er schaut so geil aus und geile stimme in diesem spiel reicht ein einziger falscher zu und 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 sie hat dann bald catwoman ist simmons bei ihnen ja seien sie auf der hut ich glaube er ist es der siemens verborgene wahrheiten wie gesagt dieses kapitel alter ich habe eine erkennungsmarke erhalten also ich habe 0,3 prozent mehr genauigkeit als du und 18 gegner mehr als zu gekillt ja das waren wir den zeitpunkt da wo ich nichts machen konnte da wo ich halt äh äh du hast einen partner vom vorgärter ist nicht du hast zehn kopfschuss ausgef- ne einen zombie in seinem körper befindlich waffe eliminiert achso mit ok schaufel halt einen gegner in die tiefe gestoßen habe ich ne 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 das ist keine schaufel ich habe es einfach nur eine stange die in seinem körper war der mich rausgezogen und in sich geboren war ich habe ich habe auch einen zombie gegen die tiefe gestoßen halt geschossen aber doch ja geschossen aber nicht geschossen ich habe geschossen vom kritischen zustand erholt das war kurz bevor mich einer anspringen wollte ja von mir auch äh sie haben alle feine vor der kathedrale ausgelöscht ich habe ein ziel getötet du nicht sie haben mindestens einen überlebenden in der kathedrale gerettet ich habe einen ziel getötet ich habe ein ziel getötet du nicht ein ziel tier so ein tier ja hunde zählen aber nicht das war der einzige tier in dem kapitel habe ich keine sagt geknallt